So, hallo Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch. Ähm, wir werden jetzt... Ja, ist ja gut wohl jetzt. Wir werden heute weiterfahren, auch wenn wir da schon mal lang gelaufen sind. Fahren wir jetzt trotzdem nochmal weiter. Und dafür das müssen wir erstmal die weichen stellen. So, gehen wir mal drauf. So, und jetzt lösen wir einfach die Bremse und volle Kanne. Boah, so. Okay, vorne wird irgendwie heller. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß ja nicht, die Lokomotive fährt auch irgendwo hin. Oh, shit. Oh, Gott. Alter. Können wir dagegen jetzt was machen, oder nicht? Oh, das ist nicht gut. Oh, nee. Das kommt schon wieder so ein Ding. Alter, was ist das denn? Das sieht nicht so stabil aus, leider. Oh, oh. Bullets, nein. Alter, bitte fall nicht runter. Oh, er ist noch da. Digga, ist denn... Der Ding ist los hier. Oh. Okay, warte mal. Wir haben schon mal, aber jetzt wieder empfangen. Rufen erstmal kurz Jess an. Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir hier jetzt rausgehen. Die Lokomotive geht ja scheinbar nicht mehr. Das ist nicht so geil. Ich weiß nicht mehr, oder nicht. Ich weiß nicht, was ist das Schlimmste. Dammit, Alice. Ich kann... Ich kann das wiederholen. Ich bin sorry, aber ich kann nicht. Jess, bitte. Ich muss... Du brauchst Hilfe, Alice. Ich versuchte dich da für dich, ich wirklich did, aber du stehst mich weg. Du stehst weiter und weiter. Jess. Oh, wir sind jetzt in Storm, ja. Okay, Bullet hat hier einen Weg gefunden. Das ist natürlich sehr gut. Schön Sumpf. Lecker. Oh. Oh, wir haben da auch schon eine kleine Wunde hier auf der Hand. Okay, wir wollen hier hin. Jetzt gucken wir doch mal. Okay, Bullet, das hast du. Ähm. Ah, let's go. Der Hacker-Pro hier im Start war's. Wir gehen, machen wir das mal auf. Gehen durch. Also, was sagt man? Hallo. Ich will hier eigentlich nicht öffnen. Oh. Jesus. Oh. Can you hear me? The blood's still fresh. Some of those are defense wounds. More badly mutilated. Let me just... What? What? How? Jesus Christ. What the fuck just happened? Shit. Ich habe eine Chance. Niemand direkt in die Farbe. In seinem Gesicht. Oh, nütz? Ähm... Nein. ...I'm killing you all with his emotions. You are too weak, too scared. My hands are turning like an even now. You're just... Ooooooh. Hahaha. Uh... Please... I'm... Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und so ist seine Wille. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben, und er muss sterben. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben, und er muss sterben. Ich kann nicht bleiben, nicht nach dem, was er ist. Es war nicht dein Geil, Ellis. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben, und er muss sterben. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben, und er muss sterben. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben. Der Mann wird sterben, und er muss sterben, und er muss sterben.